was geht meine freunde cheat series teil 2 mein lieblings cheat meal also was ist ein cheat meal für mich ein meal das nicht auf dem plan steht für andere ist ein cheat sich irgendeine ungesunde scheiße reinzuziehen ich gucke einfach wie sind die nährwerte von der mahlzeit die ich austausche findet diese nährwerte mit anderen gesunden mahlzeiten die gut vertragen mir aber gut schmecken rein ja und das hier ist jetzt mein post workout meal und woraus besteht mein lieblings cheat meal zwei laugenstangen halber avocado packung königer frischkäse packung hähnchenbrustfilet ja so die können die frischkäse den löffel ich einfach um protein ein bisschen zu pimpen und dann esse ich die laugenstangen mit der avocado als butter und dem hähnchenbrustfilet das schmeckt mir so unglaublich gut ja normalerweise wäre jetzt mein post-workout reispudding von gm aber wenn die nährwerte beziehungsweise die kalorien hauptsächlich und das protein passen hat es nicht so den größten impact ja eben die bulk muss ich ein bisschen aufpassen weil es wichtig ist dass ich sage ich mal durchgehend hunger habe mein essen reinbekomme aktuell geht es noch wunderbar deswegen machen wir das jetzt mal reispudding mit weh geht natürlich schneller rein wird schneller verdauert du hast natürlich schnell wieder hunger aber das ist natürlich aktuell auch gar kein problem kalorien sind eins zu eins gleich protein ist auch vorhanden deswegen hat es auch keinen impact und es ist einfach was geil ist was super schmeckt zumindest mir ich weiß die schmecker sind immer unterschiedlich aber das könnt ihr dann selbst entscheiden ich wollte euch einfach nur mal zeigen was mein liebiges cheat meal ist ja und es ist gesund es hat carbs hat hoffettigste protein ja gesunde fette und wie gesagt es schmeckt einfach so unglaublich geil und wir bereiten es jetzt mal zu und ja dann zeige ich euch mal wie ich das esse das video wird relativ kurz weil es wirklich nicht lange dauert das zuzubereiten ja laugenstangen reinschieben hähnchenbrustfilet drauf beschmieren mit avocado und wie gesagt der könige frischkäse wird gelöffelt um protein bisschen zu pimpen und das ist einfach so eine nice mahlzeit und das erlaubt mir dann natürlich mich weiter an meinem plan zu halten weil ich mal was leckeres hatte es hat auch keinen impact weil ich es gut verdauern gut vertrage und ja ich mache einfach ganz normal weiter in meinem plan und ist einfach supergeil so laugenstangen sind bestrichen mit der avocado hähnchenbrustfilet drauf das sind ungefähr 46 gramm protein und ja wenn man das protein jetzt mal weglässt round about 500 kalorien mit dem protein ein bisschen mehr aber der impact von den kalorien sind so 500 vertrage ich gut schmeckt unglaublich geil und ja das ist so meine cheat mahlzeit meine lieblings cheat mahlzeit wie gesagt geht schnell dauert weniger als zehn minuten und das ist ein geiles instant meal ja jetzt noch mal wie es aussieht so sieht das ganze dann aus ja einfach laugenstange avocado hähnchenbrustfilet bisschen königer frischkäse dann nebenbei löffeln das ist meine lieblings cheat mahlzeit schmeckt mir persönlich einfach richtig krass gut falls das jemand ausprobiert schreibt mir euer feedback ob euch das genauso gut gefällt